Mein Name ist Kevin Fülle. Meine Schwerpunkte im Team sind Endpoint Management und Identity and Access Management. Was mich an der Cloud fasziniert, ist die Dynamik, mit der sich die Services immer weiterentwickeln und wie man diese dann eben auch hybrid mit der bestehenden Infrastruktur in Verbindung bringen kann. Mein Name ist Markus Reuter, ich bin im Cloud Solution Team und kümmere mich um Infrastrukturthemen rund um die Cloud. Das Thema Cloud ist für mich so interessant, da sich die Technologien in der Cloud immer weiterentwickeln, es immer neue Möglichkeiten und Features gibt. Ich habe mit Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen zu tun und das Ganze ist für mich wirklich spannend und interessant. Wichtig ist hier, dass man dann wirklich auch dem Kunden einfach zuhört und die entsprechend an den richtigen Stellen abholen kann. Das Thema Cloud bietet den Kunden unglaublich viele Möglichkeiten, ihr Business zukunftsorientiert, flexibel und auch performant zu gestalten. Für mich ist es natürlich auch definitiv immer spannend, weil die Anforderungen der Kunden ändern sich natürlich von Kunde zu Kunde und bieten mir natürlich auch immer eine Plattform, um Wissen aufzubauen. Der Wechsel von On-Premise zur Cloud war für mich eine spannende Erfahrung. Ja, wir sind ein echt super Team, wir sind kollegial untereinander, helfen uns gegenseitig und tauschen gewonnene Erfahrungen aus. Wir im Cloud Solution Team, wir sind absolute Teamplayer. Ja, wir unterstützen uns gegenseitig, wir nehmen aber auch Hilfe an, wenn sie gebraucht wird. Die Kollegen hier machen echt den Unterschied.